Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Call of Duty hat eben gerade einen sehr, sehr interessanten Blogpost veröffentlicht. Und in diesem Video werden wir den Blogpost komplett durchgehen. Und ich werde euch erklären, wie das Waffentunings-Feature funktioniert und wann man das Ganze freischaltet. Und ich werde euch auch erklären, wie man die einzelnen Tarnungen und die Mastery-Tarnungen in MW2 freischaltet, weil das System ist diesmal wirklich sehr anders. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos ein Like da und natürlich auch ein Abo, falls du neu auf dem Kanal bist und mehr MW2 und auch Warzone 2 Videos in der Zukunft von mir sehen möchtest. Also, zuerst gibt es Informationen über das Level und zwar, wenn MW2 rauskommt, gibt es ja noch keine Season. Wir sind quasi in Season 0 und du kannst in Season 0 nur bis Level 55 leveln und du kannst erst höher gehen, wenn die Season 1 rauskommt. Die Season 1 kommt am 16.11. raus, am 16.11. kommt auch der Release von Warzone 2. Also, zusammen mit Warzone 2 werden wir dann Season 1 bekommen. Also musst du dann in dieser Zeit Waffen leveln und auf Tarnungen gehen. Alle Büchsenmacher Waffenplattformen haben einen einzigartigen Waffenfortschrittsbaum, der jede Freischaltung innerhalb dieser Plattform detailliert beschreibt. Im Allgemeinen wird durch das Aufleveln einer Waffenplattform mit jeder ihrer Waffen folgendes freigeschaltet. Waffenplattformspezifische Aufsätze sind Aufsätze, die von Waffen in einer Plattform gemeinsam genutzt oder nur einer Waffe in einer Plattform zugewiesen werden können. Zum Beispiel Läufe, Magazine, Schäfte und hintere Griffe. Universelle Aufsätze sind Aufsätze, die von anderen kompatiblen Waffen geteilt werden können. Zum Beispiel Mündungen, Unterläufe, Munition, Laser und Optik. Empfänger sind das Mittelstück der Waffe, zusätzliche Waffen innerhalb einer Waffenplattform, die noch mehr freizuschaltende Aufsätze oder mehr Empfänger enthält. Also, wenn du den Empfänger änderst, dann hast du eine komplett andere Waffe. Das Erreichen der maximalen Stufe mit einer waffenschmiedbaren Waffe gewährt Zugriff auf Waffentuning, was eine weitere Anpassung der Aufsätze ermöglicht. Das heißt, wenn du auf einer Waffe das maximale Level erreicht hast, kannst du dann nochmal das Tuning-Feature freischalten. Einmal entsperrt wird eine Tune-Taste auf ausgerüsteten, abstimmbaren Aufsätzen vorhanden sein. Wenn du diese Schaltfläche auswählst, gelangst du zum Tuning-Menü. Hier findest du ein Radardiagramm, das die Statistiken dieses Aufsatzes darstellt, sowie zwei Schieberegler mit gegensätzlichen Attributen an beiden Enden. Wenn du dich schrittweise in eine Richtung des Attributs bewegst, wird im Allgemeinen das Attribut auf der gegenüberliegenden Seite verringert. Es wird daher empfohlen, während dieses Vorgangs sehr vorsichtig zu sein, um die Tuning-Werte zu finden, die du für deinen Aufsatz mit maximaler Effizienz arbeiten lässt. Beispielsweise könnte ein Lauf-2-Schieberegler haben für Gewicht und Länge. Das Anpassen des Gewichtsreglers wirkt sich sowohl auf die Bewegungsgeschwindigkeit als auch auf den Rückstoß aus. Das Anpassen des Längenschiebers wirkt sich sowohl auf die Visierzeit als auch auf die Schadensreichweite aus. Die Anpassung beider ermöglicht eine einzigartige Kombination von Effekten auf allen vier Attributen. Waffentuning ist die beständige Endspielstufe der Waffenanpassung. Nachdem du alle Aufsätze im Spiel freigeschaltet hast, kannst du beim Waffentuning experimentieren, um die idealste Version jedes Aufsatzes für jede Waffe zu finden. Diese Änderung erscheint zwar klein, aber die kann sich summieren, um dann eine Waffe zur idealen Meta zu machen. Je früher du dieses Tool freischaltest und erkundest, desto eher kannst du sehen, wie es zu einem vollständigen Meta-Game-Changer werden kann. Kommen wir nun zu den Tarnungen in MV2. Das Tarnungs-Challenge-System von MV2 wird erheblich gestrafft und bietet mehr Belohnungen als in den Vorjahren. Das Ziel ist es, die Mastery-Tarnungen, Gold, Platin und mehr früher bereitzustellen und gleichzeitig universellere Basis-Tarnungsbelohnungen zu gewähren mit einer längeren Reise zum Ende des Spiels, um wahre Waffenbeherrschung zu beweisen. Was genau mit Waffenbeherrschung gemeint ist, werde ich euch gegen Ende des Videos sagen. Kommen wir nun zu den Basis-Tarnungen. Jede Waffe kann eine Basis-Tarnung ausrüsten, sobald sie über die Basis-Tarnungs-Herausforderung einer bestimmten Waffe freigeschaltet wurde. Mit anderen Worten, Basis-Tarnungen werden universell für alle Waffen freigeschaltet, indem man eine Herausforderung auf dem Weg zur ersten Beherrschungstarnung einer Waffe abschließt. Diese werden nur für eine bestimmte Waffe freigeschaltet und haben vier einzigartige Designs. Gold, Platin, Polyatomic bzw. Polyatomar und Orion. Die Gold-Tarnungs-Herausforderung für jede Waffe ist verfügbar, sobald alle ihre Basis-Tarnungs-Herausforderungen abgeschlossen sind. Die Platin-Tarnungs-Herausforderungen für jede Waffe sind verfügbar, sobald die Gold-Tarnung für eine Mindestanzahl von Waffen in jeder Kategorie freigeschaltet wurde. Die Polyatomar-Tarnungs-Herausforderung für jede Waffe ist verfügbar, sobald die Platin-Tarnung für mindestens 51 Waffen freigeschaltet wurde. Die Orion-Tarnung ist eine Belohnung für das Freischalten von Polyatomar-Tarnung für mindestens 51 Waffen. Es wird auch automatisch für jede Waffe gewährt, die die Orion-Tarnung über die Mindestanforderungen hinaus verdient. Also haben wir insgesamt 51 Waffen zum Start im Spiel. Jede Mastery-Tarnung ist auch an eine zusätzliche Herausforderung gebunden, die für die Waffenbeherrschung jeder Waffe erforderlich ist, die parallel zur Tarnungs-Challenge-Reise durchgeführt werden kann, wo ich später noch drauf kommen werde. Call of Duty hat im Blogpost noch extra darauf hingewiesen, dass diese Informationen sich während des Startfensters des Spiels ändern können. Also Schritt 1. Schließe Basis-Tarnungs-Herausforderungen ab, erhalte universelle Tarnung für alle Waffen. In Call of Duty Modern Warfare 2019 hatte jede Waffe bis zu 10 Basis-Tarnungs-Herausforderungen. Durch das Abschließen dieser wurden alle 100 Basis-Tarnungen freigeschaltet, aber nur für diese Waffe und jede Basis-Tarnung für alle Waffen war gleich. In Modern Warfare 2 bietet das Basis-Tarnungs-Herausforderungs-System zwischen einer und vier Herausforderungen pro Waffe. Und jede Herausforderung schaltet eine neue Tarnung frei, die für alle Waffen verwendet werden kann. Allein mit der Start-Waffen-Liste wird es beim Start mehr als 180 plus einzigartige Tarnungen geben, die man verdienen kann. Jede Waffe mit Aufsätzen hat vier Basis-Tarnungs-Herausforderungen. Die erste ist eine grundlegende Kill-Zähl-Herausforderung, die verfügbar ist, sobald die Waffe freigeschaltet ist. Die anderen drei werden bei bestimmten Waffenstufen freigeschaltet, die ungefähr in Dritteln bis zur maximalen Stufe verteilt sind. Ein Hinweis hier, keines davon hat spezifische Anforderungen an die Aufsätze, sodass man diese mit jeder Konfiguration vervollständigen kann, die man für richtig hält. Möglicherweise finden wir jedoch bestimmte Kombinationen von Aufsätzen effektiver bei der Bewältigung dieser Herausforderungen im Vergleich zu anderen Aufsätzen. Zum Beispiel hat die M4 die folgenden Basis-Tarnungs-Herausforderungen. Erziele so und so viele Kills mit der M4, das schaltet die zensiert Tarnung frei. Erziele so und so viel oder mehr Kills mit der M4, ohne so und so oft mal nachzuladen, schaltet die zensiert Tarnung frei. Diese Herausforderung wird auf Waffenstufe 7 freigeschaltet. Erziele so und so viele Double-Kills mit der M4, das schaltet die zensiert Tarnung frei. Herausforderung wird auf Stufe 13 freigeschaltet. Erziele so und so viele Dreifach-Kills mit der M4, das schaltet die zensiert Tarnung frei. Die Herausforderung wird auf der maximalen Waffenstufe, Stufe 20 freigeschaltet. Schließe alle oben genannte Punkte ab, um die M4 Gold-Tarnungs-Challenge, die erste Meisterschaftstarnungs-Challenge, freizuschalten. Und das hört sich wirklich nach nicht viel an. Also geht anscheinend wirklich sehr, sehr schnell. So sieht das zumindest hier aus. Natürlich weiß man nicht, wie viele Dreifach-Kills, wie viele Double-Kills man machen muss, um die jeweilige Herausforderung abzuschließen. Aber hört sich erstmal einfacher an als in den letzten Call of Duties. Jede nicht Büchsenmacher-fähige Waffe, das heißt Waffen ohne Aufsätze, hat eine Basistarnung, die durch das Abschließen einer grundlegenden Kill-Zähl-Herausforderung freigeschaltet wird. Zum Beispiel hat die RPG-7 eine Basistarnungs-Challenge. Und zwar erziele so und so viele Kills mit der RPG-7, das schaltet die zensiert Tarnung frei. Wenn du nur diese eine Herausforderung abgeschlossen hast, wird die Gold-Tarnungs-Herausforderung der RPG-7 freigeschaltet. Also hört sich wirklich sehr, sehr easy an. Dieses neue Basistarnungs-System gilt auch für alle Post-Launch-Waffen. Wenn du sie im Büchsenmacher bearbeiten kannst, hat die Waffe vier Basistarnungs-Herausforderungen. Und wenn dies nicht möglich ist, hat die Waffe nur eine Basistarnungs-Herausforderung. Das bedeutet technisch gesehen, dass jede Season zusätzlich zur Waffe selbst neue Basistarnungen enthalten sein werden, die für alle Waffen verwendet werden können. Auch dieses neue System bedeutet, dass es weniger Herausforderungen für jede Waffe gibt, aber insgesamt mehr Basistarnungen und einen schnelleren Weg, um jede einzelne Waffe zum nächsten Schritt von Mastery Gold-Tarnung zu bringen. So, Schritt 2. Schaltet die Gold-Mastery-Tarnung frei. Sobald jede Basistarnungs-Challenge mit einer bestimmten Waffe abgeschlossen ist, wird die erste der drei Mastery-Tarnungs-Challenges Gold verfügbar sein. Jede Waffe in Modern Warfare 2 hat die gleiche Gold-Tarnungs-Challenge. Eine bestimmte Anzahl von Kills, normalerweise zwei bis drei steht es hier, mit der Waffe zu erzielen, ohne eine bestimmte Anzahl zu sterben. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier stimmt. Also, zwei bis drei Kills ohne zu sterben. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ich denke mal, wir müssen eine höhere Anzahl an Kills machen, ohne zu sterben, um dann Gold freizuschalten. Weil zwei bis drei Kills kann ich mir hier nicht vorstellen. Ich denke mal, das müsste ein Fehler hier im Blogpost sein. Dadurch wird die Gold-Tarnung für die Waffe und nur für diese Waffe freigeschaltet. An diesem Punkt kann man mit der Reise der Waffenbeherrschung beginnen. Aber man möchte vielleicht die Gold-Tarnung für weitere Waffen freischalten, um das Beste aus der Waffenbeherrschung herauszuholen. Oder wenn du weise genug bist, kannst du ja beides gleichzeitig tun. Wie gesagt, zur Waffenbeherrschung kommen wir später. Schritt 3. Schließe eine bestimmte Anzahl an Gold-Tarnungs-Herausforderungen in jeder Waffenkategorie ab und erhalte Zugang zur Platin-Tarnungs-Herausforderung. Platin-Tarnungs-Herausforderungen sind an bestimmte Waffenkategorien gebunden. Sie werden verfügbar, sobald eine bestimmte Anzahl von Gold-Tarnungen für Waffen innerhalb einer Kategorie verdient wurde. Waffenkategorien sind einmal Sturmgewehre, Kampfgewehre, Maschinenpistolen, LMGs, Scharfschützengewehre, DMRs, Seitenarme, ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist, also Sidearms auf Englisch, Trigger-Raketen und Nahkampfwaffen. Jede Platin-Tarnungs-Challenge ist für alle Waffen innerhalb einer Waffenkategorie gleich. Außerdem erfordern Platin-Tarnungs-Herausforderungen nur, dass du eine Mindestanzahl an Gold-Tarnungs-Herausforderungen absolviert hast. Dies entspricht der Anzahl der Waffen in dieser Kategorie beim Start und nicht einer bestimmten Checkliste von Gold-Tarnungs-Herausforderungen in jeder Kategorie. Mit anderen Worten, wenn es ein neues Sturmgewehr gibt, das in Season 1 eintrifft, kannst du technisch gesehen eine der Sturmgewehr-Gold-Tarnungs-Herausforderungen überspringen, die beim Start verfügbar sind und trotzdem die Platin-Tarnungs-Herausforderungen für die Kategorie freischalten. Kommen wir jetzt zu Schritt 4. Schließe mindestens 51 Platin-Mastery-Challenges ab und erhalte Zugang zur Poly-Atomar-Tarnungs-Challenge. Sobald die Platin-Tarnung für 51 Waffen freigeschaltet ist, wird die letzte Tarnungs-Herausforderung freigeschaltet und zwar ist das Poly-Atomar. Diese letzte Mastery-Tarnungs-Challenge ist eine weitere Herausforderung, die für jede Waffenkategorie spezifisch ist. Zum Beispiel die Poly-Atomar-Tarnungs-Challenge der M4 unterscheidet sich von der Poly-Atomar-Tarnungs-Challenge der RPG-7. Wenn du diese Herausforderung mit einer Waffe abschließt, wird die Poly-Atomare-Tarnung dafür freigeschaltet und zählt zu den Freischalt-Voraussetzungen für die ultimative Mastery-Tarnung. Und zwar ist das Orion. Sobald die Poly-Atomar-Tarnung für 51 Waffen freigeschaltet ist, das können die 51 Waffen beim Start oder eine Kombination aus 51 Waffen sein, die beim Start verfügbar sind und in den Seasons nach der Veröffentlichung eingeführt werden, erhält jede Waffe mit Poly-Atomar-Tarnung automatisch die Orion-Tarnung. Dies ist dein offizielles Abschlusszeichen für die Waffen-Tarnungen. Nachdem Orion ursprünglich für 51 Waffen freigeschaltet wurde, gewährt das Verdienen der Poly-Atomaren-Tarnung auf allen zusätzlichen Waffen automatisch auch die Orion-Tarnung. Kommen wir jetzt zur Waffenbeherrschung. Ob es eine spätere Staffel von Modern Warfare oder das ursprüngliche Call of Duty Modern Warfare 2 2009 war, erinnerst du dich vielleicht an etwas, das als Waffenbeherrschung bekannt ist. Nachdem du eine Beherrschungstarnung Gold, Platin, Poly-Atomar oder Orion für eine Waffe freigeschaltet hast, erhältst du Zugriff auf die Beherrschungsherausforderungen dieser Waffe. Jede Waffenbeherrschungsherausforderung beinhaltet das Verdienen einer festgelegten Anzahl von Kills mit einer Waffe, während eine bestimmte Beherrschungs-Waffentarnung ausgerüstet ist. Zum Beispiel für die M4 Gold-Meisterschaftsherausforderung ist, erziele 100 Kills mit der Gold-Tarnung auf der Waffe. Die Platin-Meisterschaftsherausforderung ist, erziele 200 Kills mit der Platin-Tarnung. Die Poly-Atomar-Mastery-Challenge ist, erziele 300 Kills mit der Poly-Atomar-Tarnung und die Orion-Meisterschaftsherausforderung ist, erziele 400 Kills mit der Orion-Tarnung, die auf der Waffe ausgerüstet ist. Durch das Abschließen jeder Meisterschaftsherausforderung an einer Waffe werden basierend auf dieser Waffe eine neue Visitenkarte und ein neues Emblem verliehen. Durch das Abschließen aller vier Meisterschaftsherausforderungen auf einer Waffe wird ein auf dieser Waffe basierender Waffentalisman freigeschaltet. Letztendlich beinhaltet die Beherrschung des Modern Warfare 2 Arsenals das Freischalten von Orion für jede Waffe und das Abschließen jeder Waffenbeherrschungsherausforderung. Natürlich gibt es dafür eine Abschlussbelohnung, wenn die Dutzend von universellen Basistarnungen und Waffentalismane zusammen mit den hunderten von Visitenkarten und Emblemen nicht ausreichen, damit du oder die Tarnung-Royalty-Spieler, die gerne ragen, entlohnt werden. Also es wird dafür auch nochmal eine große Belohnung wahrscheinlich geben, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Und das hört sich meiner Meinung nach viel, viel besser an, die Tarnungen hier freizuschalten. Du musst keine komischen Challenges machen mit, du musst diesen und diesen Aufsatz benutzen und so und so viele Kills mit diesen bestimmten Aufsätzen machen. Du hast nur vier Basistarnungsherausforderungen, die du abschließen musst, damit du dann die Gold-Herausforderungen abschließen kannst. Hört sich alles sehr, sehr easy an. Man muss eigentlich nur Kills machen, beziehungsweise Double-Kills, Triple-Kills ohne zu sterben. Und dann kannst du Gold auch schon freischalten. Also hört sich alles sehr, sehr einfach an, meiner Meinung nach. Bin wirklich sehr gehypt. Hört sich alles sehr, sehr gut an. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise im Livestream. Morgen mache ich einen 12-Stunden-Stream zum Start von Modern Warfare 2. Bin schon übelst gehypt. Ja, kommt da gerne in den Livestream rein. Oben ist der Link in der Beschreibung. Wir sehen uns. Haut rein und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.